Hallo zusammen, Glenn hier und heute zeige ich euch, wie ihr zu einem Video sprecht. Die meisten von den Sprechern, und damit sind übrigens alle gemeint, sprechen ja von zu Hause aus, meistens auf Bewegtbild, auf Video. Habe ich auch in den vorherigen Videos schon erklärt. Und diese Session, die wir hier sehen, ist die Session aus den vorherigen Videos. Das ist ein ehemaliger Imagefilm, den ich eingesprochen habe. Heute zeige ich euch, wie die Arbeit überhaupt ausgesehen hat, als ich zu diesem Video gesprochen habe. Als erstes zeige ich euch, wie man ein Video in Pro Tools lädt. Dazu nutze ich den Shortcut Command Option E. Darüber kann man Videos importieren. Wer das noch nicht nutzen kann oder möchte, kann auch hierüber ein Video-File importieren. Da sieht man auch den Shortcut. Dann klickt man da drauf und in diesem Fall hat mir der Kunde sogar schon zwei verschiedene Videos geliefert. Eins mit einem Demo-Voice-Over, das selbst gesprochen wurde vom Videografen, damit ich mich daran orientieren kann. Und eins ohne Voice-Over, das habe ich extra angefordert, damit ich eben auf das Soundbed, auf die Musik sprechen kann. Das lade ich auch mal rein. In dem Fall wurde vorher schon eine Demo angesprochen, damit die Videografen entsprechend schneiden konnten und sich Gedanken über das Timing machen konnten. Ich lade mal das Video ohne Stimme rein. Der Dialog fragt uns, wo das Video landen soll. Also zu Beginn dieser Session oder zu einem gewissen Punkt in der Session. Wir wollen, dass es bei 0 Sekunden anfängt. Und wir wollen auch das Audio-File von diesem Video importieren, denn da ist ja die Musik drin. Nochmal OK drücken. Hier sieht man das auch schon. Und als allererstes sortiere ich mir erstmal meine Files. Das heißt, ich klicke das Video und den Ton des Videos an, ziehe das nach oben, sodass das hier schon mal geordneter aussieht. Ich habe gerne das Video oben und darunter meine Aufnahmespur als auch meine Playback-Spur. Als allererstes wollen wir der Videospur auch einen Ausgang zuweisen, den gleichen wie unserer Recording-Spur, damit wir überhaupt was hören. Dazu klicken wir auf Ausgang, Output und wählen den Ausgang aus. Die Spur braucht keinen Input, von daher könnte man jetzt hier auch hingehen und sagen, kein Input. Denn hier wird ja nicht aufgenommen, hier wird ja nur O-Ton wiedergegeben. Und jetzt ganz wichtig, die meisten Videos kommen sehr laut an. Die werden relativ laut geliefert. Das heißt, wenn ich jetzt Play drücken würde, würde das Video wahrscheinlich sehr, sehr laut wiedergegeben werden. Erfahrungsgemäß kann man dann entweder hier in dem sogenannten Clip Gain den Clip leiser ziehen. Das sieht man jetzt auch in der Wellenform. Aber dann sieht man ja fast gar nichts mehr. Oder man nimmt einfach den Volume-Regler, der ist hier, und zieht den leiser. Erfahrungsgemäß habe ich den so bei minus 30 Dezibel. Denn so lässt sich gerade auf Kopfhörern wesentlich angenehmer auf das Soundbett sprechen. Ich mute mal meine vorherige Aufnahme und drücke mal Play. Wunderbar, scheint alles zu funktionieren. Das Video läuft, wir hören was. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz in die Fehlervermeidung einsteigen. Ihr seht hier oben in der Videospur den kleinen Reiter Frames. In dem Fall sind es 25 Frames pro Sekunde. Es kann sein, dass wenn ihr ein Video reinladet, dass diese Zahl rot wiedergegeben ist. Das heißt, Pro Tools konnte nicht die richtige Framerate des Videos erkennen. Und wir müssen das jetzt anpassen. Einige Programme können das automatisch. In Pro Tools muss man das leider zur Zeit noch manuell machen. Dazu drücken wir Command 2. Das bringt uns das Session Setup hervor. Kann man übrigens auch erreichen, indem man auf Setup geht und dann Session auswählt. Hier interessiert uns nur die Timecode Rate. Die ist nämlich 25, wie man es hier sieht. Wenn hier jetzt 30 Frames pro Sekunde stehen würde, dann würde ich hier hinklicken und entsprechend auf 30 Frames pro Sekunde klicken. Ist aber nicht der Fall, deswegen ist es hier unleserlich rot markiert. Und ich drücke wieder auf 25 und weiß, okay, jetzt ist alles Timecode korrekt in meiner Session angelegt. Gerade bei Imagefilmen oder auch Werbeprojekten, wo Timing extrem wichtig ist und auch oft nicht viel Zeit für das Gesprochene ist, ist es wichtig, dass die Framerate auch zum Audio passt. Denn sonst verläuft das später auseinander und dann seid ihr ja alles andere als synchron oder passend zum Bild. Und das wollen wir vermeiden. Als nächstes erkläre ich meinen Workflow, wie ich eine Session vorbereite und erstmal vorspreche, bevor ich überhaupt anfange aufzunehmen. Gibt es verschiedene Mittel und Wege und bei mir variiert das auch manchmal, aber ich habe hier eine Methode, die relativ einfach und übersichtlich ist, um sich einfach in der Session zu orientieren. Ich zeige euch das mal. Und ihr merkt schon, wenn ich jetzt auf Pro Tools klicke, verschwindet der Text. Von daher meine Empfehlung ist, sich immer erstmal Pro Tools etwas zu minimieren, um dann den Text entsprechend hier in die Lücke zu ziehen. So zum Beispiel. Und wenn ich jetzt in Pro Tools aufnehmen möchte, kann ich parallel den Text sehen und lesen. Wer einen zweiten Bildschirm hat oder auch wie ich einen Widescreen, kann sich den Text auch an die Seite minimieren. Wie ihr seht, ist das hier der Text und es wurden keine Timecodes mitgeliefert. Also ich weiß jetzt als Sprecher gar nicht, wann meine In- und Out-Points sind. Wo soll ich beginnen zu sprechen? Wo soll es wieder enden? Habe ich jetzt Zeit in der Sektion? Soll ich breiter sprechen oder eben genau im Gegenteil? Und dazu ist es immer wichtig, mit dem Kunden oder Videografen Absprache zu halten. Manche Videografen geben euch die In- und Outs mit. In dem Fall nicht. Dafür, habe ich euch ja eingangs schon gezeigt, gibt es eine zweite Audiospur. Die lade ich mal rein. Command-Shift-E. Und hier sehen wir schon Preview für Glenn. Die lade ich auch mal eben rein. Jetzt werden wir gefragt, ob das Ganze auf einer neuen Spur erstellt werden soll oder in die Clip-Liste geschoben werden soll. Das ist gerade noch nicht relevant, was das ist. Wir wollen einen neuen Audio-Track erstellen, der an dem Beginn der Session startet. Da ist er. Das ist unsere Referenz und die ziehe ich mal unter den O-Ton und benenne die auch direkt um. Also Doppelklick und Referenz. Zack, dann wissen wir genau, was was ist. Auch hier der Spur einmal eben den Ausgang zu weisen, die entsprechend leiser stellen, damit uns nicht die Ohren wegfliegen. Und dann hören wir mal rein, was hier passiert. Okay, hier hören wir den Videografen und das ist jetzt für mich eine Orientierungsspur. Seine Stimme gibt mir jetzt das Timing-Form, auch vielleicht nochmal die Mood, die Vibe, wenn ich da nicht sogar schon selber draufkomme. Und ja, hab einfach einen kleinen netten Referenzpunkt. Dann zeige ich euch jetzt einmal, wie man in Pro Tools mit Markern umgeht. Ein Marker markiert euch in eurer Session gewisse Sektionen, damit ihr euch visuell besser orientieren könnt. Wie man einen Marker setzt? Ganz einfach. Auf eurem Keyboard habt ihr ganz unten rechts eine Enter-Taste. Die könnt ihr drücken und dann kommt das Memory-Location-Fenster. Und da können wir jetzt einen Namen reinschreiben. Zum Beispiel Voice-In. Man sieht hier oben ist ein Marker entstanden. Den kann man jetzt auch nochmal bewegen und genau an die Stelle ziehen, wo auch tatsächlich die Stimme beginnt zu sprechen. Und so würde ich jetzt einmal durch die Session gehen und mir so ein paar Queue-Punkte setzen, damit ich später weiß, wo ich denn hier auch im Text bin. Hören wir mal eben weiter. Fruchtbarkeit ist jetzt hier eine einfache Session, ein einfaches Beispiel. Ich zeige euch aber trotzdem, wie man arbeiten könnte. Fruchtbarkeit. Hier beginnt ungefähr der Fruchtbarkeit-Tag. Seine Fruchtbarkeit ist Licht, Luft oder Wasser. Gucken wir mal hier hinten. Die deutsche Saatveredlung. Die deutsche Saatveredlung, in dem Fall auch DSV. So, und jetzt habe ich hier schon drei Punkte. Wenn ich mal rauszoome, sieht man auch, wo die liegen. Ich kann mich also sehr einfach und angenehm in der Session orientieren. Jetzt öffnen wir einmal das Marker-Fenster. Command 5 auf dem Nummern-Pad. Und dann sieht man hier oben auch schon die Memory Locations. Kann man auch öffnen, indem man auf Fenster, Window klickt und dann sich die Marker anzeigen lässt. Und auch hier werden die Marker nochmal aufgelistet. Und wenn wir jetzt draufklicken, springt unser Cursor direkt an diese Stelle und wir können uns schnell orientieren. Angenommen, wir haben jetzt unser Voice-Over aufgenommen und an der Stelle Fruchtbarkeit gibt es eine Revision. Dann müssen wir jetzt nicht eben nochmal alle Clips durchhören, sondern können einfach auf Fruchtbarkeit klicken, Play drücken. Ah ja, das ist die Stelle und dann können wir jetzt hier gleich weiter aufnehmen. Also einmal durchhören, den Text mitlesen und sich vielleicht kleine Marker setzen, um sich einfacher zu orientieren. Gut, dann können wir jetzt endlich anfangen aufzunehmen und dafür muten wir erstmal die Referenz. Die wollen wir jetzt nicht hören, wir wollen uns nur auf den O-Ton konzentrieren, in dem ja eben keine Stimme vom Videografen zu hören ist. Hier sprechen wir jetzt rein. Und ihr seht, ich habe ja schon gesprochen, der Job ist wie gesagt ein paar Jahre alt. Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, das ist unsere Recording-Spur, so wie wir das in den letzten Videos gemacht haben. Also hier kommt jetzt meine Stimme rein, wir haben das Mikrofon zugewiesen, einen entsprechenden Eingang. Und ja, jetzt fangen wir an aufzunehmen. Was ich immer ganz gerne mache ist, ich lasse mir ein paar Sekunden Vorlauf, lasse mir meinen Text anzeigen und dann geht es auch schon direkt los. Und man drückt drei und nimmt auf. Lassen Sie uns alle mal auf den Boden zurückkommen. Denn unmittelbar unter unseren Füßen ist er unser kostbarstes Gut. Einfach jetzt eine Demo-Aufnahme, ich mache die sogar gerade mal ein bisschen lauter. Lassen Sie uns alle mal auf den Boden zurückkommen. Denn unmittelbar unter unseren Füßen ist er unser kostbarstes Gut. First Take, nicht immer der sauberste, aber ihr versteht die Idee. Man merkt übrigens auch klanglich einen starken Unterschied zu dem Neumann TLM 103 Mikrofon, das ich sonst für meine Sprecherjobs verwende. Hier für diese Videos nutze ich ja das Shure SM7B und es klingt dann doch schon wesentlich dumpfer. Nicht ganz so detailgetreu. Alles klar, das ist unsere Aufnahme. Jetzt ist es ganz wichtig, eine neue Audiospur zu erstellen. Command-Shift-N, Mono und wir nennen die Voice 1. Denn was wir jetzt machen ist, wir ziehen unsere Aufnahme, die wir jetzt als gut bewertet haben, auf diese Spur. Das heißt, wir haben eine Playback-Spur. Lassen Sie uns alle mal auf den Boden zurückkommen. Wunderbar. Denn unmittelbar unter unseren Füßen ist er unser kostbarstes Gut. Wunderbar. Wir hören also jetzt, was wir aufgenommen haben. Und angenommen, ich möchte diesen letzten Satz nochmal neu einsprechen. Der war von der Intonation vielleicht nicht ganz so toll. Der Bogen war nicht da, wo er sein sollte. Was wir machen ist, wir lassen die Spur hier liegen, schneiden den Teil weg, den wir nicht haben wollen. Und jetzt drücken wir einfach 3. Dann können wir einen sogenannten Punch-In machen. Denn unmittelbar unter unseren Füßen ist er unser kostbarstes Gut. Etwas pathetischer. Denn unmittelbar unter unseren Füßen ist er unser kostbarstes Gut. Alles klar. Somit haben wir jetzt diesen letzten Teil nochmal neu aufgenommen. Was man jetzt hier schon direkt machen kann ist, die Stellen, die wir nicht hören wollen, da wo keine Stimme ist, wegschneiden. Man sieht es ja jetzt auch ganz genau hier. Das sind die Stellen, die ich alle rausschneiden würde. Hier sind Atmer, Hintergrundgeräusche. Das kann alles weg. Und direkt haben wir eine aufgeräumte Spur. Und so kann man dann durch seinen Job gehen. Hören wir mal weiter. Seine Fruchtbarkeit ist wie Licht, Luft oder Wasser. Die Grundlage für die Landwirtschaft der Zukunft. Und damit für unser Wohlergehen. Wunderbar. Das ist jetzt die imaginäre nächste Aufnahme gewesen. Dann nehme ich mir die, ziehe die hier rein und fange hier weiter an aufzunehmen. Und damit für unser Wohlergehen. Und rein geht's in den nächsten Tag. So kann man also arbeiten. Versteht hoffentlich das Prinzip. Wir haben also eine Aufnahmespur und eine Playbackspur. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, warum wir eben so arbeiten. Angenommen, der Kunde möchte eine Revision. Dann fragt ihr euch wahrscheinlich, wie gehe ich vor? Muss ich dafür eine neue Session anlegen? Wie kann man das schnell und effizient und auch vor allem nachvollziehbar für einen selbst umsetzen? Ganz einfach. Ich erstelle eine neue Audiospur, beziehungsweise ich dupliziere die, die wir schon haben. Ohne die aktive Playlist. Damit sind diese ganzen Audioclips gemeint. Die wollen wir ja nicht auf der neuen Spur haben, wenn es um eine Revision geht. Die Spur landet hier. Wir nennen die jetzt R1. So mache ich das ganz gerne für die erste Revision. Dieser Satz hier soll bitte neu gesprochen werden. Seine Fruchtbarkeit ist wie Licht, Luft oder Wasser. Dann mache ich das ganz gerne so, dass ich mir diese Stelle eben mute, indem ich Command-M drücke oder einen Rechtsklick auf diese ausgewählten Clips setze und dann auf Mute oder Unmute Clips drücke. Und dann kann ich darüber einsprechen. Seine Fruchtbarkeit ist wie Licht, Luft oder Wasser. Die Grundlage für die Land... Und weiter geht's. Alles klar. Schneiden wir eben frei. Vergrößern vielleicht die Wellenform, um das genauer beurteilen zu können. Ich mache die Clips nochmal lauter. In dem Fall markiere ich sie alle und halte Ctrl-Shift gedrückt und scrolle dann hoch. Da muss ich das nicht bei jedem Clip einzeln machen. Das würde sonst viel zu lange dauern. Wir wollen Zeit sparen, deshalb machen wir das direkt für alle gemeinsam. Jetzt wollen wir das anhören und packen das direkt auf den Revisions-Track. Seine Fruchtbarkeit ist wie Licht, Luft oder Wasser. Die Grundlage für die Landwirtschaft der Zukunft. Passt also. Hier seine Aufnahmen drauflegen. So könnt ihr später ganz einfach nachvollziehen, was alles neu gesprochen wurde. Wie viel Revision ihr angelegt habt. Und alles bleibt in einem Projekt. Ihr müsst also nicht fünf verschiedene Sessions erstellen und verliert komplett den Überblick. Ihr arbeitet weiterhin in einer Session. Euer ganzes Material, also Video, O-Ton, vorherige Aufnahmen sind alle da und ihr müsst nicht ständig rumblättern und suchen. Wichtig ist auch, dass der Sound, den wir jetzt gleich erstellen wollen, auch erhalten bleibt. Wie man diesen Sound erstellt, wie man mischt und effizient vorankommt, zeige ich euch im nächsten Video. Von daher wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren oder mir eine E-Mail schreiben. Dann kann ich gerne nochmal genau auf ein gewisses Thema drauf eingehen. Und wer jetzt schon mal ein bisschen Unterstützung braucht, kann sich das Cheat-Sheet herunterladen. Das ist wie immer in den Shownotes unten drunter. Da wird nochmal erklärt, wie man den EQ grundlegend einstellt, sodass eine Stimme besser klingt, wie man mit einem Kompressor arbeitet und in welchem Format man eine Session anlegen soll. Da ist also alles nochmal einfach aufgelistet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.